Ethel Kennedy, Witwe von Robert Kennedy, im Alter von 96 Jahren verstorben Ethel Kennedy, die Witwe des ehemaligen US-Senators Robert F. Kennedy, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Nachricht von ihrem Tod hat den Politik-Clan tief erschüttert, da Ethel Kennedy als matriarchale Figur der Familie galt. Ethel Kennedy war nicht nur die Witwe eines politischen Schwergewichts, sondern auch eine starke Persönlichkeit in ihrer eigenen Rechte. Nach dem tragischen Tod ihres Mannes im Jahr 1968 erlitt sie zahlreiche Schicksalsschläge, darunter den Verlust ihres Sohnes David im Jahr 1984. Trotz dieser schweren Zeiten machte Ethel Kennedy sich einen Namen als engagierte Aktivistin und setzte sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte ein. Sie war eine starke Befürworterin der Bürgerrechtsbewegung und setzte sich für benachteiligte Gemeinschaften ein. Ethel Kennedy war auch eine liebevolle Mutter, die elf Kinder großzog und ihnen Werte wie Mitgefühl, Respekt und Engagement für die Gesellschaft vermittelte. Sie war bekannt für ihre Großzügigkeit und ihre Fähigkeit, andere zu inspirieren. Mit ihrem Tod hinterlässt Ethel Kennedy eine große Lücke in der Politikwelt und im Herzen ihrer Familie. Ihr Vermächtnis wird jedoch weiterleben, denn sie hat Generationen von Menschen dazu inspiriert, für eine gerechtere Welt zu kämpfen.